Hallo, mein Name ist Thore und ihr kennt mich vielleicht noch von früher. Heute habe ich die Ehre, euch das Maus-Lol-Team zu präsentieren. Wir haben dabei besonders darauf geachtet, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Im Spiel und außerhalb. Hier drüben haben wir Kinetic, der spricht natürlich Deutsch. Oh, hi. Und deswegen spielt die League. Kommen wir zu Zenkuks oder Kress. Ich kann mich nicht entscheiden. Zenkuks oder Kress. Wie eigentlich du heißen? Tyskern? Und? Wie sieht es aus, Carlsen und Alex? Ich habe keine Ahnung von Schach. Wafan braucht er nicht um? Wafan braucht er nicht um Tyska. Ja, das ist ein Gericht. Ich habe einen Gericht und ich habe einen Gericht auf. Ich habe einen Gericht. Ich habe eine Gericht. Ich habe einen Gericht. Die Menschen sind aus. Weil ich habe einen Gericht. Die Menschen sind aus, die Liebe von ihnen war. Vielen Dank.